Das fünfte Mal, Ihnen zuerst den Hausherrn dieses Bahnhofs vorzustellen, um mich auch sofort bei Ihnen zu bedanken, dass wir zum fünften Mal hier Gast sein dürfen. Begrüßen Sie mit mir bitte Thomas Hessel, den Bahnhofsmanager von Berliner Hauptstadt. Applaus Ja, schönen guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Herr Rochel, liebe Frau Goldauf, liebe Gäste, liebe Künstler, die Berlinerinnen und Berliner, die heißen, die Schuhe des Bahnhofs, die habe ich vergessen, die Presse natürlich, die auch bei der Aufladen gewesen ist. Denn ganz herzlich willkommen, meinerseits hier im Berliner Hauptbahnhof, in den größten und langsten Kreuzungsbahnhof Europas. Das ist die wenigsten, aber ich muss Ihnen wieder sagen, 500.000 Besucher, alles in jedem Tag, 100.000 Besucher, in 24 Stunden, und genau mittendrin Europa. Moderne Musik, Zeit-Energien-Musik. Mein Glückwunsch geht Ihnen aber gut mit Ihrem Team, mit den Künstlern, fünfter Brustag. Vor fünf Jahren haben wir im Büro gesessen, haben wir im Nachmittag, wie kenne man diesen, und dann war nur für diese Architektur, einbringend in ein Konzept, als einbringendes Schmöse, Verneuerungen, Veroperungen, das ist gelungen. Das Zubel war skeptisch damals, wissen Sie ganz genau, aber es ist gelungen, und ich freue mich sehr, dass es zum fünften Mal Siedel hier in der Nachmittag von Briesen wird. Also, elf Tage lang wird es immer so sein, dass Sie hier zu verschiedenen Tageszeiten, ja, vor allem auch Nachtzeiten, sage ich ja, unsere Besucher, unsere Gäste, die hier zum Festival von Briesen bringen. Es ist eine gelungne Symbiose zwischen Architektur, reinen ausfahrenden Zügen, der Musik, den Tönen, den Ansagen von Bahnhof, und ich glaube, etwas Besseres kann es eigentlich gar nicht geben, sind der Besuchereinfahrt der letzten Jahre, die Besucher, die immer wieder, hat sich gemeldet, als achte Einfahrt, hat sich jetzt mal bestellt. Ich kann mir zeigen, dass es angenommen wird, und ich freue mich, dass es wieder wohnen wird, dass es jetzt hier ist, und es gibt viele Helfer, der stellt aber auch von meiner Seite aus, und hat sich Dankeschön an alle, die das unterschließen, und dass die Mutter im Bauch sind, und dass die Künstler sind, und dass die Künstler sind. Vielen Dank, dass Sie alle hier in der Altbäude kommen, das ist das Festival gescheitert. Ich bin kein Mensch, wie an Rottel, es geht ins Programm. Herr Ortbäude, alles, alles Gute, die Künstler, der Mannschaft, der Organisatoren, für die nächsten elf Tage, und alle Besucher, kann ich Ihnen auch in der Altbäude kommen, zum Festival hier in der Altbäude. Vielen herzlichen Dank, dass Sie alle da sind. Applaus